nicht immer muss das Fleisch sein, guck mal, da sind Haferflocken drinnen, da sind Möhren drinnen, da ist Hafermilch drin und Gewürze und das war's und das werde ich jetzt quellen lassen, nachher würde ich es schön zu formen und dann auch anbraten, so guck mal, die habe ich geformt und die gebe ich jetzt gleich in die Pfanne und werde die anbraten so, unsere Bratlinge sind fertig jetzt zeige ich mal die Ose, super toll, super toll, probiere ich mal, super toll, probiere es mal aus, viel Spaß beim nachmachen und bis dahin und dazu gibt es noch Karottensalat, das ist der russische und der ist so lecker, den habe ich auf youtube mal entdeckt, boah, der schmeckt super, ist Knoblauch drauf, drinnen ganz viel und ja, am wochenende bin ich ja nicht so viel mit menschen unterwegs und dazu auch noch Zucchini Nudeln die selbstgemachte Tomatensauce, vegane, gibt es auch noch dazu heute, ist doch Rest und dann habe ich noch eine braune, also da können sich die anderen dann auch auswählen, ob sie eine Tomatensauce oder die braune haben wollen und so sieht es aus, guten Appetit Danke fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Teilen, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Ich bin wieder Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal